Ein seltener Anblick im Winter-Trainingslager des FC Bayern München, leere Trainingsplätze. Heute Vormittag war also ein zweites und letztes Mal trainingsfrei angesagt. Die Spieler haben es auf unterschiedlichste Art und Weise genutzt. Die meisten tatsächlich zur stressfreien Regeneration im Hotel. Ich habe nicht so viel gemacht heute Morgen, denn wir brauchen ein paar Stunden frei. Am Nachmittag haben wir Training. Ich glaube, wir brauchen ein bisschen Ruhe. Ich glaube, wir haben eine gute Stimmung. Das Trainingslager funktioniert sehr gut. Die Mannschaft arbeitet sehr gut. Viel Spaß, viel Lachen und das ist positiv für die ganze Saison. Ein spürbar zufriedener Franck Ribéry, der es wie alle anderen Spieler auch kaum erwarten kann, dass es in wenigen Tagen zurück in Deutschland dann auch wieder um Bundesliga-Punkte geht. Zuvor aber noch zwei Trainingseinheiten hier und morgen um 18 Uhr Ortszeit, 16 Uhr in Deutschland. Das Testspiel gegen den belgischen Erstligisten KAS Eupen. Live zu sehen übrigens nur bei FC Bayern TV Plus. Falls Sie noch kein Abo haben, noch ist genug Zeit, eines abzuschließen. Für gerade mal vier Euro im Monat. Das Testti ist für gerade mal vier Euro im Monat. Aber es ist nicht oberen, wir können nicht mehr so einfach auch jetzt sechs Uhr. Ich ruche nur einen weiteren Verkauf hin. Es gibt so viele I-Wish-Ii-Wish-Ii-Wish-Ii-Wish-Ii-Wish-Ii-Wish-I-Wish-Ii-Wish-I-Ii-Wish-Ii-I-Wish-I-I-Wish-I-I. Vielen Dank.